Der Halbfinale Der Halbfinale Herzlichen Glückwunsch! Stell dir meine Mannschaften vor! Wir beginnen beim ESV-Pauplatz Torlheim-Volksberg! Die Mannschaft für Heiko Hofner! Josef Günther Hofner! Heiko Smarkfeld! Nikkei Kräck! Und Stefan Kleinberg! Jetzt kommen wir zur Mannschafts-Ausstellung von EF-Straß-Falchi! Mannschaftsführer Werther Baumgartner! Harald Fellner! Reinhard Grinzinger! Anton Luchstein! Und Johann Malewski! Applaus 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 Spannungsgeladene Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ap anunciant des Cargas. Gées. Spannungsgeladene. Gées. Spannungsgeladene. Spannungsgeladene. Schlau. Spannungsgeladene. Jelenggier. Spannungsgeladene. Spannende Spannungsgeladene Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.